Ich bin die Anna, ich bin 25 Jahre alt und ich studiere Smart Engineering im fünften Semester an der FH St. Pölten. Für mich das Wichtigste war, dass es ein berufsbegleitendes und duales Studium ist. Dual studieren bedeutet, dass wir arbeiten in irgendeinem Unternehmen und gleichzeitig studieren. Beim Smart Engineering geht es darum, dass wir die aktuellsten digitalen Technologien auf der FH erlernen und wir können diese Kenntnisse dann auch in unseren Unternehmen für die Optimierung von Arbeits- und Produktionsprozessen einsetzen. In den Laboren an der FH St. Pölten gibt es alles, was man sich vorstellen kann. Man kann mit einem 3D-Drucker arbeiten, mit einem Roboter oder mit SPS-Steuerungen und so weiter. Man kann sie immer verwenden. Die Labore sind immer offen und man kann dort frei arbeiten. Seit der Studiengangsleitung gibt jetzt immer ein Verständnis für uns, dass wir arbeitende Menschen sind. Wir können nicht immer an irgendeinem Unterricht teilnehmen oder wir verspäten uns manchmal. Es wird immer auf uns eingegangen. Also ich will mich auf jeden Fall im Bereich Programmieren und Software-Engineering entwickeln. Ich mache jetzt schon ein Projekt in meinem Unternehmen. Ich entwickle eine Webseite Fullstack für mein Unternehmen. Für mich ist dieser Beruf sehr wichtig, weil er ist gleichzeitig technisch, aber auch sehr kreativ.